Erzähl mir nix. Ja, ich geh an dir vorbei und teste, aber wahrscheinlich ist Stegi, wenn er mit dir einfach sagt. Herr Bergmann, lass ihn durchgehen. Bitte? Wir lassen ihn durchgehen. Das bin ich durchgehen. Mach gar... Lauf! Alter! Stegi! Leute! Leute! Leute? Ich bin hier einfach nur im Leuchtturm. Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Na, Stegi, alles gut oder was? Hi! Du bist ja mal ziemlich gierig auf die Muition grad, ne? Du, Alter, Gearshot. Hallo, hier einfach... Ja, bist du Inno oder was? Ja, Stegis Inno, Alter. Jawohl, wir schießen da, wir schießen da! Ja, Bergmann, du hast den Steg abgeschossen, was soll ich denn machen? Ja, ich bin Inno, ich bin Inno, was ist denn los? Ja, natürlich bist du Inno, Alter. Ich verstehe ihn weg, holen. Ey, untersteh mir hier nicht irgendwas. Alles easy. Komm down, komm down, Alter. Was ist los? Komm down, geh weg. Bist du in Inno oder was? Ich hab von dir noch keinen Inno gehört. Ich bin vollkommen Inno. Ich bin vollkommen Inno. Ich bin Kölner. Ich bin vollkommen Inno. Hey, es störtet mich doch nicht! Ich hab noch zwei hattetiert. Ja, natürlich! Ja, wieso schießt du denn? Ja, wieso schießt du denn dann? Ich hab euch doch nicht abgeschossen. Nein, nur nicht. Nein! Ich hab niemanden getroffen. Lass mal treffen kurz, Paluten. Ey, hundertprozentig ist es Bergmann. Ich bin, ich bin Innozent. Guck mal, wie dreckig denn der Land hat. Nein! Ich bin wirklich Innozent. Ich schwöre es, ich schwöre es. Wirklich, Leute. Gibt's hier ein An-Schießen? Tim hat doch noch gar nichts gesagt. Ich bin detektiv. Oder warte mal, das ist doch die Runde, wo Picscrafter hier am Anfang irgendwie nichts gesagt hat, weil er sich bestimmt erst mal ins Fäustchen gelacht hat, weil er sich nicht zurückhalten konnte. Also, dann lass es dann zum Tester gehen. Komm her jetzt, Paluten, komm! Nein! Ich kann nicht mit dir mit! Ich bitte dich, Mann, was haben wir alles erlebt? Okay. Du willst was haben. Jetzt komm runter, jetzt komm runter. Warte. Ja, aber da ist nicht der Tester, der Tester ist hier oben. Ja, komm mal ins Haus rein, komm mal ins Haus rein. Achso, okay, okay. Stegi ist nicht. Ja, guck mal. Aber Picscrafter, Picscrafter macht ganz komische Sachen hier. Ich mach immer komische Sachen hier. Ich kann es euch ja auch nicht recht machen. Okay, wer war das? Wer war das, der da oben ist? Nein! Oh Gott, mir ist was dir gefallen. Hey, 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 wer ist das? Paluten, Paluten! Ich war das! Du hast doch genau geguckt, ey! Weißt du, du schaust die so runter. Ja, ja, ja. Wer da gestorben ist und was für eine Waffe das war. Ich wusste auch gar nicht bekommen, dass jemand tot ist, ey. Wer ist denn da tot? Hier liegt doch überall ein Detektiv ist tot, sag ich. Ja, aber wer war das denn? Wer war das denn mit dem gebetalteten Turm? Mal, Sturmwaffel kann so schlecht schauspielern, dass es wirklich... Ich merke mal, wie deine Stimme zittert. Ich war da hinten am Turm. Ich war da hinten am Turm. Ich war da hinten am Turm. Ja, gut weggesnipert. Dafür warst du aber ganz schön schnell wieder hier. Ja, ja, komm, ey. Die haben sich doch hier gebetalt, Alter. Mit so einer komischen Knarre, die du auch in der Hand hast, Alter. Mit so einer riesigen Wumme. Damit ist er doch getötet worden. So, jetzt versucht ihr doch den Verdacht auf mich zu lenken. Alles klar. Versucht mich in die Ecke zu kriegen. Sturmwaffel ist es hundertprozentig. Ich mach gar nichts. Sturmwaffel ist es hundertprozentig. Ja. Geh mal in den Checker. Geh mal in den Checker. Ich bleib hier drin. Wir brauchen den Goldblock. Wir brauchen den Goldblock. Wir brauchen den Goldblock. Ja, scheiße. Ich hol jetzt keinen Goldblock, ey. Was für ein Goldblock? Was für ein Goldblock? Den Goldblock, den musst du da drauf stellen. Und dann geht der an. Sonst kannst du die Tür hier drauf machen. Man, das sind beides, Trainer, die tun gleich abschließen, Sturmwaffel. Ich vertraust Sturmwaffel. Also, ich geh da nie wieder rein, ey. Sturmwaffel, glaubt ihr mit der Crowdsboro, Mann? Ja, ich mach keinen Schaden machen. Das wäre ein bisschen zu gefährlich, wenn der Trader wäre. Oh, Alter! Wer ist das? Ja, ich hab geschossen. Hallo, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Leute, ich bin es nicht. Junge, 58. Ich hatte vorhin zwölf. Ich hab jetzt gerade noch 30 Idioten. Ich bin Endo. Ja, aber wieso schießt ihr mir denn in den Kopf? Ja, ey, hallo. Weil du sagst, ich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Geh mir weg mit dem Tester hier. Ja, aber wieso schießt ihr mir denn in den Kopf? Ich hab dir dezent in den Rücken geschossen. Du weißt, das ist eine Streuwirkung, der Shotgun hier ein bisschen extremer ist. Das ist gar nicht. Ich hab ja Physik studiert, Alter. So wie du. Was? Das ist jetzt die Situation. Och, Valute. Das gibt's doch nicht, ey. Uhuhuh, Leute. Das gibt's nicht. Wasch da los. Du scheiß Wichser, Alter. Oh, Quatsch. Dir vertraue ich nie wieder. Och, Mann, ey. Och, ich bin wieder Detective, ey. Genau. Also, ich bin jetzt mal wirklich innocent, Leute. Ja, Quatsch. Du, ey. Ich geh in den Tester freiwillig. Hier, wer will stecken mich in den Tester? Ich bin da schmerzfrei. Ich guck mir das Ganze jetzt von oben, Alter. Stegi, Alter. Ah, okay. Bergmann und Stegi, also. Yeah, yeah, yeah. Guck, ja, die haben sich direkt dabei. Stegi, Alter. Die schießt auch wieder irgendjemand. Die schießt wieder jemand, Alter. Was ist hier los? Ja, aber ich mach Testschoos. Testschoos von hier oben, Alter. Ah! Ah! Okay, ich komm hoch. Mit wem? Es wär auch mal geil, wenn ihr sagt, bei wem ihr unterwegs seid. Was war das denn? Tim ist gestorben, äh, Sturmhafen ist gestorben. Ich hab's sogar gesehen. Und Tim hat getötet. Ich was? Ich werde jetzt Tim töten. Ja, was? Darf ich? Ich war doch nicht mal da. Natürlich, du standst doch da oben. Das hab selbst ich gesehen. Ich werde ihn jetzt töten. Ich bin auf dem Spann oben und dann bin ich runtergelaufen. Und in der Zeit, wo der getötet ist, er wird getötet. Ist er am Leuchtturm? Ach ja, okay. Da sind zwei im Leuchtturm. Ich, 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 ich. Ich bin im Leuchtturm. Ich hol dir jetzt. Ich geh, ich geh in den Tester von dir. Alter, labert mich doch nicht. Warte schon nicht mit dem Tester, Alter. Du wirst, warum tust du den Detektiv töten? Ich hab ihn nicht getötet. Ja, der ist doch noch am Leben. Du, Mann. Du bist tot. Ich geh an dir vorbei an den Tester. Okay. Herr Bergmann, lass ihn durchgehen. Bitte? Wir lassen ihn durchgehen. Das bin ich durch. Okay. Alter, Stegi. Leute. 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 Leute? Ich bin hier einfach nur im Leuchtturm. Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich auch nicht. Ich. Also, ne, 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 komm. Pics. Die beiden sind sowas von Traitor. Ja, natürlich. Aber, mindestens. Die, die haben ein falsches Spiel gespielt. Obwohl, ich kann, kann ich dir vertrauen. Ah! Mann, Leute. Was soll denn das? Das war die Fackel. Schwache Nummer, Fackel. Schwache Nummer. Ey, ich weiß grad gar nix, ne? Wir will es nicht in die Beine. Die können nix. Das tut mich. Ich kann hier niemandem vertrauen, ey. Was? Nicht, dass du mich am Ende noch von hinten haben. Nein, nein. Entschuldigung. Ah! Wer schießt denn da? Alter, das ist... Ich kann hier einfach niemandem vertrauen. Ihr seid alles Hunde. Warte mal, hier kann man nicht voll das... Ich war's hier drin. Freak. Ich geh da jetzt nicht hoch. Leck mich doch. Mach schön einen von außen. Ey. Der ist doch hinten ist doch... Wo liegt der Stumpf? Ey, die sind doch... Die sind doch in dem Turm. Warte mal, wer lebt denn eigentlich alles? Wo? Alter! Wer war das? Fuck! Nein! Okay, okay, okay. Dann ist ja nur noch Burks schon übrig, oder? Wieso denn ich? Ich versteh's die ganze Zeit nicht. Ja, wieso denn ich? Ich versteh's gar nicht. Ey, wir gehen in den Tester. Wir gehen in den Tester, wir gehen in den Tester. Wir sind doch die einzigen Beine, die noch leben. Hier, Beine? Willst du mich verarschen? Und wer ist dann das hier? Warte mal, wer lebt denn? Woran seh ich das denn noch? Tab, Junge, Tab. Ach so. Ja, dann seh ich 5 Terroristen-Chips bei mir noch. Ja, denk mal nach, ey. Ich bin mal ein Tester, komm her. Bei mir hast du gerade geleckt. Bei mir hast du Teter gesagt. Ja, hab ich auch gesagt. Hab ich auch mal wieder gesagt. Ich bin mal ein Teter. Komm her. Komm einfach her jetzt. Ja, warte mal. Wie bist du denn? Jetzt bist du ruhig, ne? Mit deinen Sniper-Skills, oder was? Das ist kein Sniper-Skills, das ist ein M16. Wieso komm ich hier nicht runter, ey? Oh, ich bin gestolpert. Hoppla. Na, fuck, Alter. Du hast dich nicht gemacht, aber, Alter. Lass uns hier weiter rein. Ist das entweder ein Strand oder ein... Hey, ich verbrenne mich immer an diesen scheiß Fackeln, ey. Das kann nicht. Okay. Also nicht den Knopf. Nein, nicht. Aua! Pixcrafter, Pixcrafter. Ich bin der, der Team Pixrafter ist. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, ich dachte du wärst Pixcrafter hier drin. Nein, 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 nein. Ey, du hast doch hier... Ey, hier, wer... Ne, passt schon. Alles gut, warte, 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 warte. So, Paluten ist tot, okay. Äh, Sturmwaffe? Ich wurde getötet im Tester. Ja, aber Palutens Leiche liegt doch auch hier. Ja, dann kannst du doch nur noch Pixcrafter sein. Ja, oder du. Nee. Nee, Pix, Pix. Nee. Tim vertraut mir jetzt. Das find ich richtig, richtig gut, ey. Warte, sehr gut. Sehr gut. Hä, aber noch einer. Nee, nee. Nee, nee. Hä? Die Runde ist doch nicht zu Ende. Ja, das heißt, dass Sturmwaffe nicht tot ist, Alter. Achso, Sturmwaffe, natürlich, Sturmwaffe. Achso, okay. Hätte ich aber das Problem jetzt machen können, das weißt du, ne? Ja, das weh. Das weh. Das weh. Ich will nur, dass du im Schaifer ist, also. Gut. Du kommst ja von hinten. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ich wusste nicht mal, dass du da drin bist. Ja, ja. Gut. So, Stevi. Nochmal kurz die Frage. Da unten, da unten. Ähm, unten in der Ecke. Ja, gut gesehen. Ich hab nochmal zu HP. Oh, und jetzt hab ich voll viel verloren. Alter, schön. Wie kann ich denn neue Waffen aufheben? Und wirfst du deine jetzige weg. Ja, auf welcher Taste? Mit Q. Guck mal, das wollte ich wissen. Ich danke euch. So. Stege. Alles getroffen? Stege tot? Ich bin an der Fackel gestorben. Nein! Was? Oh, Kaktus! Ah! Ah! Oh! Easy, Schiggy. Ich such grad nach der Tür. Ah! Wer ist das da oben? Paluten. Paluten hat Fettdreck am Stecken, alter. Was? Paluten, alter. Paluten und Bergwurzmann. Die beiden wieder oben. Was? Merkmal nur Paluten. Was? 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 Nein! Ich bin so sehr gefallen. Stopped. Ach, blöd. Paluten, du bist Traitor? Was? Ey, du hast meine Welt erschüttert, Mann. Was? Ist ja richtig crazy, ey. Ah! Alter! Alter! Wo kommen wir denn hier? Fuck ey, ich bin so schlecht in dem Spiel. Was? Was ist da los? Das sieht so wehen dann aus. Ja! Ja! Ohhhh! Ohhhh! The Traitor's Win! Ist hier jemand? Wer? Kann er da mit der Hand dringen? Ohhhh! Wir haben hier aber richtig weggesnackt. Ja. Vor allem, mir ist wirklich aufgefallen, dass ich überhaupt nicht Schauspieler an kann, ey. Was? Paluten, du bist Traitor? Was ist das Problem? Das Problem ist, wenn man dann auch halt direkt aneinander klebt. Das ist so ein bisschen blöd, dann... Der ist der... Leute, geht alle weg hier. Geht alle weg von mir. Ich schwör's euch. Ja, ja. Je länger sich das Spiel hier hinzieht, desto weniger will ich auch nur irgendwas mit euch zu tun haben, ey. Soll ich mal den Goldblock holen? Du hol mal den Goldblock. Ja. Ich glaub, ich hol mal den Goldblock. Warte. Was ist das? Picks und... Was ist da noch? Kann man das abbauen? Ne. Das. Das. Stegi. Ich bin am Fester. Guck mal, wie hebt man die Scheiße da hoch? Stegi. Mit dem Magneto-Steck. Rechtsklick, genau. Nimm du den mal. Ich geh das aber nicht hin. Und wer hat das gesetzt? Stegi. Nein, Alter. Junge. Nein, Alter. Oh, Stegi, Alter. Stegi hat so Dreck am Stecken. Ich war das echt nicht, hallo? Ja, ne. Natürlich nicht. Wer war denn die ganze Zeit beim Fester? Und wohin jetzt mit dem Ding? Ich will doch Herr Bergmann und so abschießen, Alter. Wo kommt das Ding hin? Äh, da drauf stellen. Geh mal da rein. Stell dich mal da rein. Mach du doch mal. Ja, stell dich mal da rein. Ne, 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 ne. Also du musst dann, du musst dann den, den Knopf hier drücken. Also lo- Alter, was war das denn? Stegi, 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 Stegi. Äh? Ja. Wer, wer, lebt ihr noch? Hallo? Sturmwaffel? Seid ihr tot beide? Ja. Ja, okay, pass auf. Weil folgender, folgender Deal nämlich. Ich bin unschuldig. Hab aber das C4 gelegt. So jetzt, ihr müsst mir jetzt vertrauen. Das heißt, wenn Pigscrafter und, ähm, Sturmwaffel tot sind, das heißt, dass sie es schon mal nicht sein können. Das heißt, nur Tim oder Stegi? Macht ja auch Sinn, weil die beiden einzigen noch leben. Aber ich bin grad ein bisschen nervös. Vermutlich gibt's zwei Traitor. Vermutlich seid ihr beides, oder? Und wer, wer, wer lungert da oben grad schon wieder so? Hallo? Redet doch mal mit mir! Tim? Stegi? Hallo? Ihr dreckigen Schweine, ey. Ihr dreckige Schweine. Das sind alle vier Traitor, ne? Und nur Bergy ist irgendwie hier. Ich bin nicht nervös. Was gibt's denn? Über den Map. Hä? Ey? Ja. Ach gut. Das findet ihr natürlich auch nur MC-Expert. Was hast du denn gefunden? Über der Map, wenn du tot bist, kannst du in so ein End fliegen. Okay. Ach, er ist tot. Ja gut. Stegi, lass mal treffen. Ernsthaft. Ach, da oben bist du. Okay. Ja, alles klar. So, das war die erste Runde Trouble in Terrorist Town auf diesem Kanal. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Und wenn ihr dann auch mögt, dann schreibt auch gerne einen Kommentar. Entschuldigt bitte auch die fehlende Anmoderation bei Trouble in Terrorist Town. Es ist immer so, dass man direkt ins Geschehen reingeworfen wird und sich dann die besten Szenen rausbringt. Dementsprechend fühlt euch jetzt noch einmal begrüßt und verabschiedet. Tschüss!